Diablo 4 ist ein neues Hack-and-Slay-Action-RPG, was ab Anfang Juni... Muss ich wirklich erklären, was Diablo 4 ist? Kennt nicht jeder zumindest den Vorgänger Diablo 2? Naja, wahrscheinlich bin ich einfach zu alt. Also, Diablo 4 ist der neuste Nachfolger der Diablo-Reihe. Ein isometrisches Action-Rollenspiel, in dem wir unseren Charakter kontinuierlich durch das Niederstrecken von Monsterhorden verbessern. Wir begeben uns also auf die ewige Suche nach besseren Gegenständen, stärkeren Herausforderungen und dabei kommt Diablo 4 mit einer modernen Optik daher, verfügt über Genre und typische MMO-Elemente, wie zum Beispiel eine geteilte offene Welt, World-Events und World-Bosse, sowie eine wirklich gut inszenierte Hauptstory. In diesem Video gebe ich euch einen Einblick über meinen Eindruck zu Diablo 4 aus den Testphasen, damit ihr darauf aufbauend eine Kaufentscheidung treffen könnt. Das Ganze basiert natürlich auf meinem Wissensstand vor dem Release des Spiels, so dass ich aktuell noch kein abschließendes Fazit zum Endgame geben kann, was aber definitiv folgen wird. Falls ihr euch also für das Genre interessiert und Spiele wie Diablo oder Path of Exile und Co. gerne spielt, seid ihr hier auf meinem Kanal Goldrichtig. Das ist jetzt der Moment, wo ihr den Abo-Knopf drücken dürft. Zumindest wenn ihr möchtet. Habt ihr das erledigt? Dann wollen wir mal starten. Bevor wir in das Abenteuer von Diablo 4 starten, dürfen wir eine der fünf Grundklassen wählen. Barbar, Doide, Totenbeschwörer, Jäger oder Zauberer. Eine Besonderheit von Diablo 4 ist die umfangreiche Charaktererstellung. Wir können also nicht nur zwischen den Geschlechtern wechseln, sondern können auch maßgeblich Körpermekmale nach unseren eigenen Wünschen anpassen. Das ist für das Genre eher untypisch, passt aber grundsätzlich sehr gut zur gesamten Fokussierung auf die Rollenspielelemente und die Geschichte. So gesehen ist es der erste Schritt, Verbundenheit zwischen uns und unserem Charakter aufzubauen. Kommen wir jetzt aber zu den Klassen und ihren jeweiligen Spielstilen. Den Anfang macht der Barbar, der hauptsächlich ein Nahkämpfer ist und physischen Schaden verursacht. Seine Basisattacken generieren Wut, die wir wiederum für seine Kernfähigkeiten wie zum Beispiel Wirbelwind ausgeben. Der Barbar verfügt über verschiedene Bewegungsfähigkeiten wie ein Sprungangriff, Kriegsschreie und heftige Flächenangriffe. Auch der Droide kann im Nahkampf gespielt werden, ist dabei aber ein Gestaltenwandler und kann zusätzlich Tiere zur Hilfe herbeirufen. Je nachdem wie es uns beliebt, kann er aber auch zerstörerische Erd- und Sturmkraft entfesseln und damit die Gegner bezwingen. Insgesamt handelt es sich beim Droiden um eine sehr vielseitige Klasse, die in verschiedene Richtungen spezialisiert werden kann. Ähnlich vielseitig ist auch der Jäger, der sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf gespielt werden kann oder, wenn es uns beliebt, sogar eine Mischung aus beidem. Dabei nutzt der Jäger Dolche, Bögen, Armbrüste und Fallen und verfügt über viele Bewegungsfähigkeiten, die einen sehr agilen und aktiven Spielstil ermöglichen. Man könnte annehmen, dass der Spielstil des Totenbeschwörers weniger aktiv ist, in gewisser Weise ist das auch so, jedoch wird es dadurch nicht weniger spannend. Wir beschwören Verbündete aus den Leichen unserer Gegner, die für uns in die Schlacht ziehen und benutzen diese Leichen auch für weitere necromantische Zaubereien, wie zum Beispiel eine Leichenexplosion. Zu guter Letzt steht noch der Zauberer zur Auswahl, der klassisch mit den Elementen Blitz, Eis und Feuer hantiert und besser dafür sorgt, nicht getroffen zu werden. Dafür stehen uns neben verschiedensten effektreichen Angriffszaubern auch defensive Zauber sowie ein Teleport zur Verfügung, damit wir die geringe Defensive ausgleichen können. Egal für welche Klasse ihr euch entscheidet, jede Klasse verfügt über eine einzigartige Klassenmechanik, also eine Art Bonus, die ich an dieser Stelle aber nicht vorwegnehmen möchte. Eines muss man Diablo 4 lassen. Es sieht höllisch gut aus, vermittelt die düstere Atmosphäre nahezu perfekt und zieht mich zumindest absolut in die Welt unseres Charakters. Es gab bisher noch keinen Hack-and-Slay-Titel, der mich so sehr motiviert hat, die Geschichte des Spiels mitzuerleben und meine Zeit dafür zu opfern. Denn, sind wir mal ehrlich, ich könnte in der gleichen Zeit Monster erledigen, die vielleicht den nächsten seltenen Ausrüstungsgegenstand verlieren, aber Diablo 4 schafft das dank guter Sprachausgabe, spannenden Sequenzen und einer stimmungsvollen Welt. Schon fast wie in einem guten Singleplayer-Rollenspiel. Wer sich etwas mehr mit der Geschichte beschäftigen möchte, kann das bereits jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Diablo 4 machen. Ein paar sehr gute Videos dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos, aber die laufen nicht weg, schauen wir erstmal, was Diablo 4 noch zu bieten hat. Bis Level 50 erhalten wir nämlich für jedes Level einen Fähigkeitenpunkt, den wir entlang des Fähigkeitenbaums verteilen können. Der Fähigkeitenbaum an sich ist für jede Klasse strukturell ähnlich aufgebaut. Wir beginnen oben mit unseren Fähigkeiten, die Ressourcen, also zum Beispiel Mana oder Wut generieren, können dann Fähigkeiten wählen, die stärker sind, aber dafür die generierten Ressourcen verbrauchen, bis hin zu Fähigkeiten, die höhere Abklingzeiten haben, wie zum Beispiel eine Bewegungsfähigkeit oder eine defensive Fähigkeit. Welche Fähigkeiten das sind, hängt jeweils von der Klasse ab. Neben einigen passiven Fähigkeiten entlang des Baumes stehen uns final am Ende des Baumes ultimative Fähigkeiten zur Verfügung, also besonders starke Fähigkeiten, die seltener genutzt werden können. Damit ist der Fähigkeitenbaum von Diablo 4 recht überschaubar, bietet aber dennoch einige Spezialisierungsmöglichkeiten. Im Endeffekt wird es aber wahrscheinlich trotzdem pro Klasse eine beschränkte Anzahl an besonders gut funktionierenden Kombinationen aus Fähigkeiten geben. Was passiert aber ab Level 50? Denn das Maximallevel in Diablo 4 ist Level 100. Übrigens soll es über 150 Stunden dauern, bis man einen Charakter bis dahin gebracht hat. Ab Level 50 erhalten wir für jeden Stufenanstieg vier Punkte für unser Paragon Board. Das Paragon System in Diablo 4 ist deutlich flexibler als zum Beispiel der Fähigkeitenbaum. Jede Klasse startet zwar mit einem vordefinierten Paragon Board, aber ab da können wir beliebig weitere Boards, die wir mit der Zeit im Spiel freischalten, an unser ursprüngliches Board anheften, drehen, glyphensockeln und so unseren Charakter nach unseren Vorstellungen entwickeln. Da dieses Thema zu komplex ist, um es hier im Video voll zu erklären, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr über das Paragon System in Diablo 4 ein eigenes Video sehen möchtet. Und da es gerade so gut passt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, falls euch das Video bis hierhin gefällt. Genre üblich gibt es natürlich Rüstung, Handschuhe, Ringe, Schilde, Schwerter, Bögen, Zauberstäbe und, und, und. Im Prinzip unterscheiden sich die Gegenstände in drei Typen, die maßgeblich die maximale Anzahl an Affixen, also Mods auf dem Item, bestimmen. Blaue Gegenstände, also magische, gelbe Gegenstände, also seltene, und orangene, also legendäre Gegenstände. Legendäre Gegenstände sind im Prinzip seltene Gegenstände mit einem legendären Aspekt. Diese legendären Aspekte können wir in der Spielwelt freischalten und somit jederzeit einen seltenen Gegenstand zu einem legendären Gegenstand machen. Wir können den legendären Aspekt aber auch von dem Gegenstand entfernen, um dann entweder einen anderen legendären Aspekt zu diesem Gegenstand hinzuzufügen, oder aber den Aspekt auf einen anderen Gegenstand zu übertragen. Im Prinzip sind diese Aspekte besondere Gegenstands-Affixe, die oft spezielle Effekte mit unseren Klassenfähigkeiten ermöglichen. Und damit wir nicht jedes Mal unseren Fähigkeitenbaum überdenken müssen, wenn wir einen besseren Gegenstand finden, können wir diese eben herauslösen und übertragen, beziehungsweise generell zum Craften freischalten. Wir können unsere Gegenstände außerdem noch aufwerten, Sockel darauf craften, die wir wiederum für Edelsteine mit verschiedenen Effekten nutzen können, und einzelne Affixe eines Items zufällig neu rollen lassen. Das alles kostet natürlich verschiedene Ressourcen, wie zum Beispiel Gold oder Leder, die wir in der Spielwelt finden oder durch das Zerlegen von Gegenständen erhalten. Zusätzlich wird es noch einzigartige Gegenstände geben, diese sind sehr wahrscheinlich nicht veränderbar, sie sind sehr selten und natürlich unfassbar mächtig. So hoffe ich zumindest, denn das macht für mich einen Großteil des Reizes in diesem Genre aus. Die Jagd nach seltenem Loot. Wie am Anfang erwähnt, habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos keine praktische Erfahrung mit dem Endgame von Diablo 4. Wahrscheinlich ist das auch eines der größten Fragezeichen bei mir im Kopf. Wie lange wird mich Diablo 4 halten können und begeistern? Einerseits gibt die Angabe der über 150 Spielstunden pro Charakter, um das maximale Level zu erreichen, schon einen ersten Eindruck darüber, in welchem Bereich sich Diablo 4 minimal bewegen soll, aber natürlich muss das Spiel es auch erstmal schaffen, mich so lange zu motivieren. Bisher hat das in den Testphasen gut geklappt, sodass ich für mich mit einem positiven Gefühl auf die Frage, lohnt sich Diablo 4, reagieren kann. Zu dieser Entscheidung gehört natürlich auch der Preis des Spiels. Zu dem kommen wir gleich, vorher möchte ich aber noch über die aktuellen Pläne bezüglich der Langzeitmotivation sprechen. Blizzard möchte in Diablo 4 regelmäßig neuen, zeitlich begrenzten Inhalt mit Seasons einführen. Der Umfang der Seasons soll größer als im Vorgänger Diablo 3 sein und folgt wahrscheinlich eher dem Vorbild von Path of Exile. Grundlegend verschwinden die Inhalte mit dem Ende der Season wieder, außer einzelne Bausteine kamen so gut an, dass sie ins Hauptspiel übernommen werden. Im Prinzip testen die Spieler so die Funktionsweise von potenziellen Neuerungen, was übrigens genauso seit vielen Jahren erfolgreich in Path of Exile gemacht wird. Zusätzlich wird es hin und wieder sicherlich auch Diablo-typisch Erweiterungen geben, wie zum Beispiel neue Kartenteile inklusive Dungeons und Bosse oder komplett neue Klassen. Und ganz sicher werden wir für diese Erweiterung, anders als bei den Season-Inhalten, auch wieder ein paar Münzen nachwerfen müssen. Stichwort Münzen nachwerfen bringt uns gleich zum abschließenden Punkt. Was kostet Diablo 4 überhaupt? Zum Release von Diablo 4 stehen uns drei Kaufoptionen pro Plattform zur Verfügung. Ja, Diablo 4 ist ein Crossplay-Spiel, das heißt ihr könnt euren Charakter sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC spielen. Und natürlich auch am PC zum Beispiel mit einem Freund, der nur eine Konsole hat, spielen. Wollt ihr selbst auf mehreren Plattformen spielen, müsst ihr das Spiel auch mehrfach kaufen. Grundlegend gibt es vor dem Release die Standard-Edition für knapp 80 Euro, die Digital Deluxe Edition für 100 Euro oder die Ultimate Edition für 110 Euro. Bis auf einen Punkt unterscheiden sich die Edition eigentlich nur in kosmetischen Extras, die wir zusätzlich bekommen. Der eine kritische Punkt ist dabei der Frühzugang zum Start des Spiels. Denn die Käufer der Standard-Edition starten erst vier Tage nach den anderen Editionen ins Spiel. Das wird natürlich am ersten Wochenende die Verkäufe der teuren Edition enorm nach oben ziehen und ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht sicherlich sinnvoll. Dennoch hat es natürlich einen faden Beigeschmack. Immerhin ist 80 Euro als Einstiegspreis nicht gerade wenig. Hier muss jeder für sich entscheiden, ob ihm die vier Tage wirklich den Aufpreis von 20 Euro wert sind. Kommen wir nochmal zu den kosmetischen Gegenständen und dem Battle Pass. Denn das Spiel soll sich zusätzlich auch durch optische Skins für zum Beispiel Rüstung und Reittiere finanzieren. Und hier werden wir teilweise tief in die Tasche greifen müssen. Nicht weiter schlimm, solange man keinen spielerischen Vorteil davon hat. Bisher sind die Entwickler sehr darauf bedacht, zu betonen, dass auch die kostenfreien Rüstungsskins sehr gut und hochwertig aussehen. So dass wir nicht dazu genötigt werden, zusätzlich Geld auszugeben. Ob es dabei bleibt, wage ich etwas zu bezweifeln, aber hier kann ich nur an eure Vernunft appellieren. Bleibt noch das dritte finanzielle Zahnrad übrig, der Battle Pass. Dieser gehört zu den vorhin erwähnten Seasons und steht grundsätzlich jedem kostenlos zur Verfügung. Im Grunde handelt es sich um eine Herausforderungsserie, die uns motivieren soll, bestimmte Aspekte des Spiels kennenzulernen oder zu meistern. Dafür erhalten wir Belohnungen. Zusätzlich können wir aber auch Premium Belohnungen erhalten. Diese sind jedoch ausschließlich kosmetischer Natur und sollen uns keinen spielerischen Vorteil bieten. Dafür benötigen wir den Premium Battle Pass, der 10 Euro pro Season kosten soll. Hier sollen wir dann neben den normalen Battle Pass Belohnungen, die wie gesagt jeder erhält, mit zum Beispiel optischen Rüstungssets belohnt werden. Diese können wir unserem Charakter dann anziehen, um anderen Spielern zu zeigen, wie weit wir es im Battle Pass bereits geschafft haben. Oder wir werfen ein paar Münzen nach und erhalten 20 Stufen für die Premium Inhalte des Battle Passes. Was aber kein Einfluss auf die Belohnung des normalen Battle Pass hat. Kurzum, wir sollen uns keinen spielerischen Vorteil einkaufen können. Ob das wirklich so ist, bleibt natürlich abzuwarten und jegliche Skepsis ist durchaus angebracht und verständlich. Ich persönlich gebe Blizzard noch einmal dieses Vorschussvertrauen und hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Vor allem hoffe ich aber, dass ich euch nicht enttäuscht habe und euch dieses Video gefallen hat. In diesem Fall honoriert meine Arbeit doch mit einem Daumen hoch, einem Klick auf den Abonnieren-Button und schreibt mir kurz in die Kommentare, ob ihr Diablo 4 spielen möchtet oder nicht. Für euch muss es hier noch nicht enden, denn ich habe euch hier bereits ein paar weitere Videos eingeblendet, die vielleicht für euch interessant sind. Guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!